Guten Tag, Rita und Ritz von der Kripo. Sind Sie die Anruferin, die der Mord gemeldet hat? Frau Luna Lumiela? Ja, Madame Luna Lumiela, bitte. Es war wirklich so schrecklich. Ich bin schon seit 20 Minuten dabei, hier energetisch zu reinigen. Aber ich kann es immer noch spüren. Was denn? Wovon zu reinigen? Na, meinen Laden. Von dem Mord. Von welchem Mord denn genau? Wo ist die Leiche? Ist das nicht Ihr Job, das herauszufinden? Also, haben Sie jetzt einen Mord gesehen oder nicht? Ach ja, natürlich. In meiner Kristallkugel. Kristallkugel? Hören Sie, das grundlose Absetzen eines Notrufes ist strafbar. Das ist Ihnen klar, oder? Ich möchte jetzt den Ausweis sehen. Na gut. Was heißt denn hier grundlos? Bitte sehr. Wir ermitteln bei echten Mordfällen und nicht bei so einem Quatsch, Frau Bärbel-Fleischhauer. Quatsch? Ich habe ein echtes Mordopfer in meiner Kristallkugel gesehen. Das war ein Mädchen, vielleicht so 16 Jahre alt. Ihr Name war Mia. Und im Übrigen kann ich mit meinem irdischen Namen nicht sehr viel anfangen. So, mir reicht es jetzt. Wir gehen jetzt. Moment, bitte warten Sie. Wenn Sie möchten, dann könnte ich doch noch Kontakt zu der Toten aufnehmen. Ja, dann könnte ich Ihnen mehr Informationen über den Mord geben. Was habe ich denn für einen Grund, Sie anzulügen? Ich meine, hier läuft ein Mörder frei herum. Können Sie das verantworten? Na gut. Aber kurz, ja? Nicht dein Ernst. Der Staatsanwalt. Das ist bestimmt wegen der Gerichtsverhandlung nächste Woche. Da muss ich dran. Sorry. Ich komme nach. Echt jetzt? Kommen Sie mit. Ja, auf was warten Sie jetzt? Kommen Sie. Die Kristallkugel ist in der Hellseerei so eine Art Übertragungsmedium. Sie dürfen sich nicht wundern, wenn ich mich sehr stark auf die Kristallkugel konzentriere, dann gerate ich in eine Art Trance und empfange dann Signale aus dem Jenseits. Vorhin hat ein Mädchen mit mir Kontakt aufgenommen. Ich suche die Verbindung zu ihr. Ist sie noch in der Nähe? Da ist sie. Sie weint. Und sie vermisst ihre Mutter. Sie sagt, dass sie schon vor langer Zeit ermordet wurde. Und dass sie so lange in dem Schloss spuken werde, bis ihr Mörder gefunden wurde. Und... Gut. Also, sorry. Mit Schlössern und Spukeschwänzern können wir echt nichts anfangen. Aber sie hat mir ihren ganzen Namen verraten. Sie heißt Mia. Mia Sternberg. Mia Sternberg? Das Mädchen ist vor zig Jahren Spurl ist verschwunden. Sie ist eben zu Hause, in einem Schloss hier ganz in der Nähe. Sie ging ziemlich durch die Presse, weil es seitdem angeblich in diesem Schloss spuken soll. Sehen Sie, ich habe es Ihnen ja gesagt. Also, ich weiß ganz ehrlich nicht, wer es sich von diesem ganzen Hokuspokus hier halten soll. Werden Sie dem Fall weiter nachgehen? Ich denke, ja. Schönen Tag noch. Mia Sternberg ist heute genau vor zehn Jahren verschwunden. Das heißt, wenn es keine neuen Erkenntnissen mehr gibt, wird sie für tot erklärt. Sie war damals 16 Jahre alt, wurde von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Und ihre Leiche wurde nie gefunden. Ja, sie war verschwunden und mit ihr eine Reisetasche, ihr Waschzeug und ein paar Klamotten. Laut Ermittlungsakte gab es keine Hinweise, die auf ein Verbrechen hindeuten. Es sah alles danach aus, dass das Mädchen wirklich einfach nur weggelaufen ist. Aber warum ist sie ausgerechnet am Geburtstag ihrer Schwester abgehauen? Na ja, vielleicht gab es Streit. Wobei ihre Mitschüler und Freunde ausgesagt haben, dass Mia nie über das Weglaufen gesprochen hat. Ganz im Gegenteil. Nach dem Abi wollte sie eigentlich in der Firma ihre Eltern anfangen. Das ist ja komisch. Das passt ja nicht. Ah, schaut mal hier. Eure feine Wahrsagerin hat damals in der Küche des Schlosses gearbeitet. Und wurde zu dem Fall befragt. Nichts davon wegen Nachricht aus dem Jenseits. Weißt du was, Robert? Bevor das Mädchen für tot erklärt wird, fahren wir jetzt mal zu dem Schloss und reden mit der Familie. Ja, ein bisschen frische Luft kann ja nicht schaden. Haben Sie meine Mia endlich gefunden? Leider nein. Aber bevor Ihre Tochter endgültig für tot erklärt wird, würden wir ganz gerne noch ein paar Ungereimtheiten mit Ihnen klären. Sie sind die andere Tochter von Frau Sternberg? Jasmin Gröger. Ich wohne ebenfalls hier. Mit meinem Mann Heiko. Sie haben heute Geburtstag, nicht wahr? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Fühlt sich aber immer noch nicht richtig an zu feiern. Frau Sternberg, Sie haben damals ausgesagt, dass Sie davon ausgegangen sind, dass Ihre Tochter weggelaufen ist. Wobei sie ja eigentlich bei Ihnen in der Firma anfangen wollte. Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist dir der Druck damals doch zu groß geworden. Ich meine, Ihre Kleidung, Ihr Handy, Ihre Reisetasche, alles war weg. Was sollte ich da sonst denken? Gab es denn irgendeinen Streit? Nein, nichts. Und warum könnte Sie ausgerechnet an Ihrem Geburtstag weggelaufen sein? Ich habe damals eine große Geburtstagsfeier veranstaltet. Und ich glaube, Mia hat einfach den Trubel genutzt, um heimlich zu verschwinden. Ich wünschte nur, meine Tochter würde sich endlich mal bei mir melden. Ich bin doch ihre Mutter. Mama, bitte beruhig dich. Pass auf dein Herz auf. Meine Mutter hat leider seit dem Verschwinden von Mia ein Herz leiden. Welche Mutter würde so eine Situation nicht fertig machen? Wissen Sie, es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünsche, dass meine Tochter endlich wieder vor der Tür steht. Was ist das für ein Geräusch? Dieses Geräusch hören wir seitdem meine Mia verschwunden ist. Ach, das sind die alten Rohre, wenn der Wind durchs Gewölbe bläst. Sie wissen ja, heute früh war so ein starker Orkan. Und seitdem haben wir auch keinen Strom mehr. Mir reicht es jetzt. Hauen Sie hier ab. Mia ist schon wieder zu mir gekommen. Das sind aber definitiv keine alten Rohre. Sie haben den Schlüssel, den Sie auch gesehen haben. Das ist ja jetzt komplett durchgeknallt. Was ist denn hier los? Jetzt reicht es mal, okay? Die taucht hier plötzlich auf. Die soll jetzt hier verschwinden aus unserem Haus. Ach, Sie sind Herr Krüger? Bin ich, ja. Und jetzt mal zu Ihnen. Von wegen, Sie haben Mia in Ihrer Kristallkugel gesehen. Sie haben ja früher gearbeitet, deswegen wissen Sie von dem Vorfall. Kristallkugel? Also, ja, das tut mir leid. Aber immerhin ermitteln Sie jetzt wieder. Und das mit dem zweiten Mord, das habe ich wirklich von Mia aus dem Jenseits. Jenseits? Jetzt sprich du doch mal, Krüger. Du warst doch mit Mia befreundet und bist die ganze Zeit hier bei uns herumgeschlichen. Wahrscheinlich warst du sogar in sie verliebt. Sie war ja sehr schön. Und vielleicht hast du sie sogar umgebracht. Das ist ja wohl das Allerletzte. Verschwinden Sie, Frau Fleischhauer. Das ist so typisch. Genau deshalb habe ich damals hier gekündigt. Hier wird ja immer alles totgeschwiegen. Immer. Ist an den Vorwürfen was dran? Ach, Quatsch. Ich war öfters hier, ja. Ich habe gerade mal zwei so weiter gewohnt. Und mit Mia war ich in einer Klasse und wir haben zusammen gelernt. Aber ich habe mich nicht in Mia verliebt, sondern in Jasmin. Gut. Fällt dir noch irgendwas ein, was Sie den Kollegen damals nicht erzählt haben? Nein. Wir haben der Polizei damals alles gesagt. Okay. Dann war es das erst mal. Wir werden uns dann nochmal mit Ihrem früheren Personal unterhalten und mit Mias alten Freunden. Und da melden wir uns wieder, ja? Gut. Schönen Tag noch. Vor allem Ihnen. Wiedersehen. Tür ist zu. Warte gerade noch auf. Darf ich mal gerade? Keine Chance. Haben Sie denn noch einen Ausgang? Ja, eigentlich schon. Aber durch den Stromausfall funktioniert die Alarmanlage nicht und hat anscheinend die Zentralverriegelung aktiviert. Alle Türen und Fenster sind jetzt dicht. Empfangen habe ich auch kein mehr. Ja, heißt das, wir hängen jetzt hier fest oder wie? Ja, dann müssen Sie eben warten, bis der Strom wieder geht und Sie wieder Empfang haben. Im Notfall dürfen Sie hier übernachten. Das wäre ja noch schöner. Ich übernachte mit Sicherheit nicht hier. Irgendwie komme ich hier schon raus. Ansonsten schlage ich halt hier ein Fenster ein oder so. Ja, wir können ja auch die Zeit nutzen und uns ein bisschen umsehen. Dürfen wir Mias altes Zimmer sehen? Nein. Ich lasse niemanden in Mias Zimmer. Frau Sternbeck, ich bitte Sie. Vielleicht wurde ja damals was übersehen. Na ja gut, wenn es sein muss. Okay. Bitte. Wir können uns Mias Zimmer ansehen. Na ja gut. So, und das hier ist Mias Zimmer. Danke. Danke. Ich richte Ihnen noch die Gästezimmer her. Zwei Zimmer oder ein Zimmer? Ja, schon zwei Zimmer. Ja. Gar kein Zimmer. Danke, wir haben nicht vor zu bleiben. Ähm, eine Frage noch. War wirklich seit zehn Jahren niemand hier im Zimmer? Nein, nein, seit Mias Verschwinden darf hier nichts verändert werden. Frau Sternbeck kommt nur zum Jahrestag hier hoch und sie weint bitterlich. Okay. Ja, danke erst mal. Danke. Ach, guck mal. Eine zehn Jahre alte Teenie-Zeitschrift. Kennst du noch diese Rubrik, Dr. Winter oder wie hieß das? Alex, wenn du irgendwelche Fragen hast, fragt mich, okay? Mhm. Warum klemmt denn die Schublade? Was machst du denn da? Ja, die Schublade klemmt irgendwie. Irgendwas ist dahinter noch? Ach, nee. Ach, nee. Ein Sildrissen-Medikament. Ist doch wichtig. Das hättest du doch mitgenommen, oder? Eigentlich schon. Warum haben die Kollegen das damals nicht schon gefunden? Das ist eine gute Frage. Da wurde anscheinend geschlampt. Das ist eine gute Frage. Alex, guck mal. Die Bilder waren da in dem Buch. Heimlich gemachte Bilder? Warte mal. Da im Spiegel. Das ist doch der Ehemann der Schwester. Heiko Kröger. Warum hat er Fotos von Mia gemacht? Vielleicht war der doch in sie verliebt. Ich glaube, hier wird wirklich einiges totgeschwiegen. Immer noch kein Empfang. Komm, dann sehen wir uns noch ein bisschen im Schluss um. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Hinweise. Gut.